Und ich wiederhole es gerne, die Welt interessiert sich einen Scheißdreck. Für dich oder mich. Wir können uns den Luxus, mittelmäßig zu sein, nicht leisten. Wir müssen zehnmal so hart für alles arbeiten. Das... Ich pusche dich nicht, weil ich... Es möchte, ich pusche dich, weil ich es muss. Was? Verstehst du, was ich damit sagen will? Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Richtig. Du bist Dränger? Ja, genau. Woher weißt du das denn? Naja, möglicherweise... ...hab ich dich auf Insta gestalkt. Wirklich? Auf dem Lip-Sync-Fing-Hang. Vielleicht, vielleicht auch auf Twitter. Ich will, ich will, ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe auch nach dir gesucht, aber ich konnte nichts finden. Ja, weil ich alles gelöscht habe. Wieso? Ähm... Ich weiß nicht, was denkst du, wieso? Keine Ahnung, deswegen habe ich dich ja gefragt. Ähm... Du weißt, wer mein Bruder ist, richtig? Ja. Viele haben mir einfach, ähm... ...irgendwelche richtig unfreundlichen Nachrichten geschickt. Scheiße. Das tut mir leid. Manchmal sind Menschen echte Arschlöcher. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß auf sie. Scheiß auf sie. Es ist ihm egal, ob ich da bin. Ja, stimmt. Es ist dir egal, oder? Es ist mir egal, ob du da bist. Es ist dir nicht egal. Und dir auch. Okay. Gut, kein Grund zur Beunruhigung. Wisst ihr warum? Weil der weise und edle Vater stellvertretend für alle da sein wird. Wirklich? Wo ist er? Wo ist er? Wenn du ihn siehst, grüß ihn bitte von mir. Schämt euch. Wenn du ihn siehst, grüß ihn auch von mir. Wir können das sofort klären. Jetzt sofort? Wir können das sofort klären. Jetzt sofort? Du forderst deinen alten Herrn heraus. Na komm. Denkst du, kannst du mich schlagen? Leute. Na komm. Hört auf. Na komm. Das ist die Schuld da, oder? Na los. Na komm. Hast du schon angefangen? Was hast du gesagt? Ich will nur wissen, ob du schon angefangen hast. Oh, oh. Und du? Der hat wird gewinnen. Auf zur Leber. Könnt ihr dir bitte... Sag mir Bescheid, wenn du anfängst. Hey, man schlägt seine Schachter nicht. Alles in Ordnung? Alles Bestens. Sag mir Bescheid, wenn du anfängst. Geht's dir gut? Sag mir Bescheid. Sag mir Bescheid. Mach den Leuten langsam Angst. Schhh. Huch, 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 huch. Liebe ist geduldig. Liebe ist gütig. Liebe ist nicht rücksichtslos. Sie prahlt nicht. Liebe vergisst auch Unrecht. Es war eine harte Zeit, oder? Wie kommst du zurecht? Ich komm schon klar. Es wäre okay, wenn nicht. Ich versuche dir alles beizubringen, um erfolgreich zu sein. Diese Welt ist nicht einfach. Alles, was ich tue, tue ich für euch. Einfach alles. Ich weiß, dass du gerade viel Stress hast, aber ich bekomme echt Angst. Es wird alles wieder gut, okay? Das hier ist unser Ding. Sieh dich doch mal an! Was willst du damit sagen? Ich habe immer versucht, diese Familie zusammenzuhalten. Du hast ihn zu sehr gepusht! Gott weiß, dass ich viel zu viel Hass in meinem Leben zugelassen habe. Alles, was wir haben, ist Liebe. Alles, was wir haben, ist jetzt. 두 Tabler, fünf bis zum Glück. Alles, was wir haben, ist uns Isnya. Wir müssen sie jetzt! Woher kann ich auf jeden Fall sagen? Untertitelung des ZDF, 2020